Zeit zum Aufwachen Zeit zum Aufwachen Das ist der Gilde-Laden Wenn ihr älter seid, könnt ihr hier einkaufen Kann ich helfen? Oder möchtet ihr euch nur umsehen? Der Teil der Gilde gefällt mir Die Arkaden sind so still 50 Sekunden habe ich gebraucht Das hat keiner geschlagen Ein schlimmes Bein, ich wäre, könnte ich die Zeit schlagen Unmöglich Ich bin der schnellste Gilde-Lehrling Wie ich sehe, konntet ihr euch von Also dann Es ist Zeit, dass wir herausfinden, was in euch steckt Steigt in den Ring Ich will, dass ihr die Attrappe so heftig angreift, wie ihr könnt Macht weiter, bis ich aufhören sage Sehr viel habt ihr ja nicht gerade ausgerichtet, was? Hier, versucht es damit Ah, so ist es schon besser Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier Lässt ihr eine Erfahrungskugel fallen Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt Denn sonst lernt ihr nichts Jetzt hebt sie auf Gut gemacht, Junge Nun denn, morgen werden wir Das ist der Alarm der Gilde Hört sich an, als wäre im Wald irgendwas im Busch Das ist eine gute Gelegenheit, um euren Geist zu testen Ich warte am Eingang zum Gilden bald auf euch Während ihr euch mit dem Problem befasst Wenn ihr fertig seid, reden wir über den Beginn eures Trainings Alrighty, Moiatch Jungen Tag Eis unde Du Töten Du O 'll audition ? Du pigeons Vide Ja Mode Benutzt euren Stock. Gut gemacht, Junge. Die Käfer sind alle tot. Ihr könnt den Wald jetzt verlassen. Gut gemacht, Junge. Diese Käfer können eine echte Plage sein. Hier. Ich glaube, dafür habt ihr euch ein bisschen Taschengeld verdient. Wenn ihr mehr Gold wollt, wendet euch an die Diener. Sie könnten sicher Hilfe brauchen. Ihr könnt jetzt die Gilde erkunden. Es sei denn, ihr seid bereit, euer Training fortzusetzen. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid.